Hallo und herzlich willkommen zu Physik mit Kalle. Wir wollen uns heute aus dem Gebiet Elektrizität und Magnetismus das Magnetfeld einer langgestreckten Spule genauer ansehen. Für diesen Film solltet ihr bereits das Video das Magnetfeld eines geraden, stromdurchflossenen Drahtes gesehen haben. Wir lernen heute, was eine Spule ist, wie ihr Magnetfeld aussieht und zum Schluss schauen wir uns die Herleitung der Formel für die magnetische Feldstärke im Inneren einer langgestreckten dünnen Spule an. Dann wollen wir mal. Wenn ihr die Spule in einem Lexikon oder bei Wikipedia nachschlagt, werdet ihr erst einmal eine... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Probiere es am besten. Probiere es am besten. Probiere es am besten.